Hello, can I love? Nein, jetzt habt ihr gerade die Bonbons gezählt, das kann doch nicht wahr sein. Der hat die Bonbons alle gezählt gehabt. Ja, das ist doch krank, oder? Warum macht man das? Weil wir eine Schätzfrage draus machen wollen. Können wir nochmal neu anfangen? Entschuldigung. Geht gar nicht. Komm, lach nicht, lach nicht. Herzlich willkommen zu NRY Live, das ist ein wunderbarer Montagnachmittag und der Seppo wird die nächsten 15 Minuten zählen. 10, 8, 19, 15, 17, 18, 22, ist doch egal, du sagst doch einfach, wir sollen schätzen und dann sagst du ungefähr, wie viele da drin sind. Zählt doch keiner nach. Man kann doch lügen, wir sind im Fernsehen, wir erzählen eh nie die Wahrheit, so.